Ja, also angekommen in den Hallenstudios. Das ist ja sehr schön hier in den Hallenhöfen in Pankow. Dann wollen wir mal gucken, ob der Jürgen schon da ist und wie alles aussieht. Und ich bin total gespannt. Zum ersten Mal Miete-Koch. Jürgen Trittin ist Gastgeber. Lass uns mal reingehen. Hallo Jürgen. Hallo. Schön, dass du gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ja, dann können wir ja gleich loslegen. Mach ich mit. Ich finde es schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass du das tatsächlich veranstaltet hast. Miete-Koch, Politik machen für die Bürgerinnen. Aber allzu oft wissen wir eigentlich gar nicht so genau, was tatsächlich fehlt. Und wir alle wohnen ja in Pankow. Das verbindet uns in diesem Wahlkreis. Wie kann man das gewährleisten, dass wir hier weiter schön wohnen, dass wir Natur und Stadt auch miteinander verbinden können, dass es nicht so teuer ist. Und deswegen ist das sozusagen Pankow-Halal. Weil wir brauchen diese Wohnung. Wir wollen keine Zustände wie in New York, wo in Manhattan keine Sau mehr wohnt. Außer Donald Trump. Oder Paris. Das muss jetzt nicht sein. Das ist wirklich eine völlig gaga-Anaktion. Aber irgendwo wollen wir vielleicht trotzdem hierbleiben und so. Klarheitsideen. Und vielleicht dann eben auch nicht. Ich finde das wahnsinnig komplex gerade. Weil es irgendwo klar ist. Keine Infrastruktur. Keine Schulen. Alles das nicht, was wir brauchen, was wir eben gesprochen haben. Keine Marie. Keine Schulen. Keine Schulen. Keine750-000podcast. Keine Bubbey. Keine burgers für dich. Keine Ruhe. Keine Ruhe. Keine sim flgae. Keine punt. Keine Liebe. Keine techn Georgia sentiert. Keine Ruhe. Bis zum nächsten Mal.